So, ich bin jetzt mittlerweile am Flughafen angekommen. Bin noch nicht durch die Sicherheitskontrolle Aber das kommt dann gleich noch. Und dann geht es los. Jetzt werde ich langsam mega nervös und aufgeregt. Es wird schon gut werden. In Barcelona angekommen. Ich warte gerade auf den Shuttle, der mich zum Schiff bringt. Mittlerweile steigt die Aufregung ins Unermessliche. Ich darf endlich wieder zurück zu meinem Schiff zahlen. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit. Ich bin zurück auf dem Schiff. Wie ihr mitbekommen habt, war ich ja auf der Mein Schiff 3. Dann war ich zu Hause und jetzt bin ich wieder back on the ship. Ich freue mich mega, denn ich bin wieder zurück auf der 2. Das Schiff, auf dem ich angefangen habe. Oh mein Gott, ich liebe dieses Schiff. Das ist so crazy. Und das Schönste daran ist, wir sind in der Karibik. Oh mein Gott, wir hatten gerade 5 Seetage. Also quasi wir sind in Mallorca. Haben wir abgelegt und haben die Überfahrt begonnen. Sind dann von Mallorca nach Lanzarote gefahren. Dann den Tag darauf fahren wir auf Teneriffa. Und von Teneriffa kann ich euch ein paar schöne kurze Videos einblenden. Bitte schön. So, ich bin wieder zurück auf dem Schiff. Ich habe es geschafft. Der Tag der Ankunft war noch mega stressig gewesen. Gerade bin ich auf einem Ausflug und im Nationalpark des Teides auf Teneriffa. Oben am Vulkan. Und ich zeige euch gleich mal die Gegend hier. Und dann muss ich weitermachen. Und dann muss ich weitermachen. Das war also noch was. Und hier ist eine Lavazunge. Schauen Sie. Von dem Jahre 850. Hier rechts das schwarze Loch. Weiter hinten. Was haben wir denn hier jetzt? Und das ist der Teide. Der Vulkan. Und dann sind wir aufgebrochen über den Atlantik. Hatten jetzt 5 Seetage. Und ja, oh mein Gott. Heute sind wir auf Barbados angekommen. Ich war noch nicht draußen. Aber ich bin jetzt unglaublich aufgeregt. Ich habe heute auch direkt meinen ersten Ausflug. Wo ich euch mitnehmen werde. Wir fahren heute mit dem Katamaran raus. Und gehen mit Schildkröten schwimmen. Und nebenbei mache ich natürlich wie immer von den Gästen Fotos. Oh mein Gott, das ist so toll. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich muss jetzt los. Ich freue mich. Also was ich hat dich. histó marcheschード gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020